Ja, es haben sich ja insgesamt 42 Trainer beworben, darunter war auch Herr Dübel. Wir haben da eine Vorauswahl getroffen, haben mit mehreren Trainern gesprochen, aus den unterschiedlichsten Richtungen, gestandene Trainer aus der 1. und 2. Liga, jungen Trainern und dann war auch Herr Dübel dabei und Herr Dübel hat uns mit seinem sehr klaren Konzept von Fußball überzeugt. Er ist ein hervorragend ausgebildeter Fußballlehrer, der eine Menge Erfahrung schon hat im Profifußball und am Ende hat er uns menschlich überzeugt. Und aus diesem bunten Strauß haben wir dann die Entscheidung für Herrn Dübel getroffen. Dass er klare Vorstellungen hat, also es gab nicht viele Trainer, die eine ganz klare Vorstellung hatten von dem, was sie eigentlich im Fußball tun wollen. Und ich glaube, er hat es ja selbst gesagt, er mag ein sehr schnelles Spiel, er mag ein sehr aggressives Umkehrspiel und das passt, glaube ich, sehr gut in die alte Fasterei. Nein, wir haben gar keine klaren Ziele bisher formuliert für die nächste Saison, sondern wir geben Herrn Dübel jetzt die Zeit, die Mannschaft kennenzulernen. In den Gesprächen, in den ersten Skatingseinheiten, wir setzen Herrn Dübel und auch uns selbst gar nicht unter Druck, sondern wir müssen einen kleinen Umbruch vornehmen, wir müssen die Mannschaft verjüngen und die Zeit werden wir Herrn Dübel geben.